Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der dritte Part meiner Sims 4 Love Island Challenge. Viel Spaß! Wir sind gerade wieder live auf Twitch und spielen an unserer Love Island Challenge weiter. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, du kannst auch ganz einfach hier mitmachen, indem du unter dem Hashtag Elie Nix Dating in der Sims Galerie einen Sim hochlädst und dann kannst auch du mit etwas Glück dabei sein. Aber wir starten jetzt gleich mal ins Spiel rein. Und natürlich schau auch gern auf Twitch vorbei, wenn du gerne mit abstimmen würdest und einfach gern live dabei wirst. Als Erste schauen wir uns jetzt mal an, wer überhaupt noch dabei ist. Wir haben duschernde Menschen. Okay. Auf jeden Fall dabei ist Amadou, der hat hier hinten ja einen Biss. Das habe ich noch gar nie gesehen. Unser Amadou ist noch dabei, der kam ja erst letzte Woche dazu. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem der gematcht hat. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Dann haben wir noch unsere Zoe. Die war ja eigentlich in Yannick verliebt, wobei die versteht sich jetzt mit Amadou gut. Also vielleicht haben die beiden sich letztes Mal gematcht. Ich weiß es nicht mehr so genau. Sie ist auf jeden Fall aber die Feindin von Mandy. Dann haben wir Toni. Der hat ja leider letztes Mal seine große Liebe Yannick verloren, sich mit Amadou angefeindet und dafür besser mit Olivia verstanden. Also ich glaube, es geht langsam wieder bergauf bei ihm. Olivia, die gerade hier am Duschen ist, ist eben mittlerweile totally in love with Toni. Ansonsten sind nicht so spannende Sachen bei ihr. Also mit Rex versteht sie sich auch sehr gut. Hier haben wir unseren Rex. Der hat ja sehr lange nichts gemacht, aber mittlerweile hat er schon ein bisschen mit anderen geflirtet. Am besten steht er jetzt eigentlich mit Mandy da, weil sie ist ja nicht mehr da und Yannick ist nicht mehr da und Toni hat ja Olivia mittlerweile. Dann haben wir noch Mandy, die auch hier duscht. Ja, die versteht sich auch mit allen okay eigentlich jetzt mit niemandem besonders gut, aber vor allem Zoe ist ihre große Feindin. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Neuzugang. Unser Neuzugang ist die gute Clara Abrams. Das ist Clara, unser Neuzugang. Sie freundet sich gleich mal mit Amadou an, wie es sich gehört, kommt sie in die Villa und freundet sich gleich mal mit den anderen an und unser Butler geht schwimmen. Jetzt kommt auch noch Mandy zum Gespräch hinzu. Finde ich absolut großartig. Das ist auf jeden Fall unsere Clara. Sie hat das Serienromantikerin bestreben. Also, ob sie wirklich hier ist, um eine große Liebe zu finden, wir werden sehen. Aber das Glücksrad wurde schon einige Male gedreht und wir schauen gleich mal, wer als erstes dran war. Wenn ich das richtig sehe, hat Yassi als erstes das Glücksrad gedreht. Und zwar wünscht sie sich Olivia und Toni. Und dann werden wir jetzt gleich mal schauen, was die beiden miteinander machen sollen. Olivia und Toni werden... Okay, Olivia wird einen Anmachspruch machen. Dann kann sie gleich mal hier warten, bis er fertig ist. Wieso ist ihr denn jetzt traurig? Das interessiert das Seelenverwandter. Du und dein Seelenverwandter seid dazu bestimmt, für immer zusammen zu sein. Aber warum flirtet dieser Sim dann mit jemand anderem? Habe ich was verpasst? Ich weiß nicht mal, warum sie diese Stimmung hat. Egal. Sie wird jetzt hingehen und wird... Ach, sie kann gar nicht. Okay, dann wird sie jetzt einfach mal versuchen zu flirten. Also sie möchten einen Anmachspruch loslassen, ist aber leider zu traurig. Ob das gut ankommt? Ja, es kommt gut an. Er mag sie trotzdem. Toni ist halt einfach nur großartig. Und jetzt unterhalten sich die beiden und verstehen sich immer besser. Obwohl das ja eigentlich gar nicht möglich ist. Als nächstes hat sich Yassi gewünschen. Olivia und Clara. Also dass auch unser Neuzugang etwas zu tun hat. Olivia und Clara werden sich kennenlernen. Das passt doch gut. Sie ist ein Neuzugang. Sie kann einfach mal Olivia kennenlernen. Oder eben umgekehrt. Das passt eigentlich ganz gut. Wo haben wir denn Clara? Clara, bist du da? Ach, die ist hier draußen. Und freundet sich schon mit Mandy an. Also Clara ist wirklich ein sehr offener Sim. Ich glaube, die passt gut hier rein. Ist das bei Smalltalk? Ja. Dann wird sie sie einmal kennenlernen. So, Olivia, geh mal runter. Olivia, mach, was ich dir sage. Sie ist jetzt halt voll traurig. Also anscheinend hat halt Toni mit jemand anderem geflirtet, nehme ich an. Ja, eifersüchtig darf man halt bei dieser Challenge nicht sein. So, die beiden lernen einander kennen. Und verstehen sich auch ganz gut. Clara fühlt sich unwohl. Ach, weil sie fast erfriert. Ja, dann solltest du dir vielleicht was anderes anziehen. Sims sind echt nicht die schlauesten Menschen. Was werden Rex und Toni miteinander machen? Sich küssen. Okay, hier haben wir unseren Rex. Und wo ist unser Toni? Im Schrank weinen? Wieso ist denn der jetzt auch traurig? Auch wegen desinteressierter Seelenverwandter und geteiltes Leid. Ach, ich check gar nichts mehr. Wer hat dann jetzt fremd geflirtet? War es Olivia oder war es wer anders? Ja, das weiß, glaube ich, niemand so genau. Also, Toni, kannst jetzt leider nicht im Schrank weinen. Tut mir sehr leid. Du kommst jetzt daher und Rex wird dich jetzt küssen. Unser Rex geht jetzt hin zu Toni und wird ihn nicht kokett küssen. Oh Gott, ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Unser Rex ist immerhin nicht der Beste im Flirten. Wie sieht es aus? Okay, das wollte Toni absolut gar nicht. Der hat ihn einfach weggeschubst und war so, nein, das interessiert mich nicht. Ich bin nur verliebt in Olivia. Sonst in niemanden. Und deshalb, Rex, küss ich dich auch nicht mehr. Werden wir sehen, wie das weitergeht. So, dann hat sich Zoe gewünschen. Zoe Techtelmechtel. Wo haben wir unsere Zoe hier? Zoe tanzt noch immer im Bikini. Wir sind ja alle immer im Bikini. Und jetzt werden wir auswürfeln, mit wem Zoe ein Techtelmechtel haben wird. Mit Mandy? Habe ich das richtig in Erinnerung, dass die beiden sich hassen? Ja. Gut. Dann werden wir mal schauen, ob die das wollen. Irgendwie hat bisher ja noch kaum jemand ein Techtelmechtel abgelehnt. Und vielleicht ist das jetzt das erste Mal. Komm mal runter, Mandy. Ich cheat dir einfach deine Blase hoch. Alles gut? Hüpfst du da jetzt runter? Okay. So, ich bin sehr gespannt, ob die beiden jetzt Techtelmechtel gehen oder ob sie es ablehnt. Dann muss Zoe das Ganze natürlich anzetteln. Hör auf zu tanzen. Geh hin zu Mandy. Können die das jetzt überhaupt? Ja. Und macht ein Techtelmechtel im Busch. Jetzt gehen die beiden in den Busch. Ich bin schon gespannt, was das mit ihrer Beziehung macht. Also sie hassen sich bis jetzt noch immer. Aber sie haben ein bisschen romantische Leiste. Bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Und wie versteht ihr euch jetzt? Ja, also anscheinend ist Zoe wirklich betrunken. Das erklärt halt auch, warum sie das macht. Weil eigentlich hassen die beiden sich wirklich. Ändert das noch mehr in deren Beziehung? Nein. Okay. Also wie wir sehen, sie hassen sie jetzt nicht mehr so doll. Und sie haben ein bisschen romantische Beziehung. Aber ja, also die Gefühle sind noch immer nicht sonderlich positiv. Zoe empfindet Groll nach einem Streit. Sie ist verletzt und schwelender Groll. Und Mandy empfindet gegenüber Zoe einfach nur Zorn. Ja. Toll. Einfach nur großartig. So, als nächstes wünscht sich Yassi Techtelmechtel Olivia. Unsere Olivia wird jetzt mit jemandem Techtelmechteln. Mit wem wird Olivia Techtelmechteln? Das sehen wir gleich. Mit Mandy. Mandy darf schon wieder. Die ist ganz schön beschäftigt heute. Also Mandy und Olivia. Mandy, dann kannst du gleich mal da sein. Olivia, komm her. Ja. Und dann haben wir jetzt gar, also nach dem Techtelmechtel, haben wir gar kein offenen, also offenes Glücksrad mehr. Das heißt, wir können noch andere Sachen machen. Ich weiß noch nicht was. Vielleicht machen wir einen kleinen Challenge und wer dann gewinnt, darf auf ein Date oder so. Denen ist immer allen kalt, weil sie halt immer nur im Bikini herumlaufen. Wundert mich voll. Ja, okay. Sie wird schon nicht erfrieren, hoffe ich. Olivia, du wirst jetzt... Nehmen wir mal die heiße Quelle. Techtelmechteln die beiden oder wird es unterbrochen? Immerhin wurden Techtelmechtel in diesem Ort schon öfter unterbrochen. Aber es scheint gut zu laufen. Es scheint die beiden niemanden zu stören. Es hat auch niemand gesehen. Niemand ist eifersüchtig. Jetzt ist Olivia auch noch traurig wegen desinteressierten Seelenverwandten und schlechte Leistung. Dieses Techtelmechtel verlief nicht so gut. Wie peinlich. Äh, ja. Das ist natürlich nicht so schön, aber what? Die beiden haben sie jetzt einfach voll dadurch angefreundet. Sie sind Seelenverwandte. Also kann man sagen, Tony bekommt Konkurrenz von Mandy. Eindeutig. Zoe hat jetzt nochmal das Rad eingelöst. Und zwar Rex und Zoe. Das heißt, jetzt rollen wir wieder eine Aktivität aus. Was müssen Rex und Zoe machen? Ein Kompliment über Aussehen. Rex und Zoe. Rex ist da. Und wo ist unsere Zoe? Rex, komm mal hier hin. Zoe, komm auch mal hier hin. Sehr gut. Bleib einfach da stehen. Du gehst jetzt hin und wirst ihr ein Kompliment übers Aussehen machen. Blump, Kompliment über Aussehen machen. Naja, dadurch, dass Rex nicht kokett ist, hat er es halt aber auch nicht leicht in der Challenge. Also wenn wir uns ganz ehrlich sind, er hat es wirklich nicht leicht. Absolut nicht. Aber schauen wir mal, was passiert. Ja, ging aber eigentlich gut aus. Beiden haben sie jetzt auch ein bisschen besser verstanden. Romantische Leiste haben sie jetzt noch keine. Aber sie sind sich wenigstens so ein bisschen näher gekommen. Und jetzt plaudern sie noch lieb miteinander. Ja, die beiden verstehen sich ganz gut. So, und dann nochmal Tony und Olivia. Jetzt flirten sie von selbst. Jetzt gehen sie Techtelmechteln. Ähm, ja. Diese Challenge ist aber halt auch anders wild. Das habe ich jetzt nicht geklickt. Er hat ja einfach nur ganz unschuldig ein Kompliment über ihr Aussehen gemacht. Und jetzt gehen die beiden einfach in den Busch. Techtelmechteln. Oder woanders hin. Aber ich glaube, sie gehen in den Busch. Toll. Finde ich schön. Also freut mich für die beiden natürlich. Überrascht es mich? Ein bisschen. Immerhin ist Rex eigentlich nicht kokett. Und eigentlich... Naja, wobei, mit Mandy hat er ein bisschen Liebesbeziehung. Aber er hat eigentlich, glaube ich, eh noch nie Techtelmechtelt. Deswegen passt das, glaube ich, schon ganz gut. Wenn er jetzt jemand einfach mal näher kommt. Ja. Finde ich toll. Freue mich für ihn. Schauen wir, wie viel das an ihrer Beziehung ändert. Also das ist ja immer sehr unterschiedlich. Das finde ich ja unglaublich spannend. Dass es einfach immer anders ist. Ach, der ist aber auch betrunken. Und jetzt für Toni und Olivia werden wir das Rad drehen. Techtelmechtel. Toni und Olivia werden Techtelmechteln. Haben die beiden schon Techtelmechtelt? Ich glaube schon öfter, oder? Olivia, du musst jetzt aufstehen. Wo ist Toni? Toni schläft hier. Dann komm mal hier hin. Dann kannst du ihn aufwecken. Und dann könnt ihr Techtelmechteln gehen. Warum geht eigentlich nie jemand ins Bett schlafen? Und wieso Techtelmechteln die auch nie da? Ich verstehe es nicht ganz. Für was habe ich ewig lang an dem Zimmer gebaut und keiner geht rein? Ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Dann weck mal unseren Toni auf. Und jetzt weckt Olivia ihn auf. Und dann können die beiden Techtelmechteln gehen. Körperliche Nähe. Wo haben wir das? Hier, Techtelmechtel im Busch machen wir mal wieder. Mal wieder ist eigentlich eh der favorite Techtelmechtel-Spot, wenn wir uns ehrlich sind. Beide sind auch ziemlich müde. Aber schwimmen natürlich trotzdem durch den Pool, weil alle schwimmen sehr gern in dieser Challenge und niemand möchte rundherum gehen. Die beiden verstehen sich eh schon so unglaublich gut. Das ist einfach nur unvorstellbar. Und Rex mag tanzen. Ist natürlich auch okay. Darfst du gern mögen. Ich habe mir gerade überlegt, um ein wenig Abwechslung ins Spiel zu bringen, werden wir jetzt nicht mehr, also für jetzt nicht mit dem Glücksrad spielen. Sondern wir werden eine kleine Challenge starten und die gewinnen. Also es gibt dann zwei Gewinner. Und die zwei Gewinner, die dürfen dann auf ein Date. Hier sind wir jetzt unsere Kandidaten und Kandidatinnen, die noch im Rennen sind. Und jetzt müssen alle versuchen, einen Bauchklatscher ins Pool zu machen. Und wir werden sehen, wer es schafft. Als erstes wird sich jetzt unser Amadou der Challenge stellen und einen Rückwärtssalto in den Pool machen. Wir werden schauen, ob er es schafft. Amadou, schaffst du es? Okay. Amadou hat es schon mal nicht geschafft. Er ist leider keine Runde weiter. Tut mir wirklich sehr leid, Amadou. Du kannst reingehen und dich hinsetzen. Als nächstes haben wir unsere Zoe. Auch sie wird versuchen, einen Rückwärtssalto in den Pool zu machen. Wirst du es schaffen oder nicht? Man sieht ihren Kopf nicht. So. Schafft sie es? Sie schafft es! Herzlichen Glückwunsch, Zoe. Du bist in der nächsten Runde. Du kannst dich hier hinstellen. Als nächstes probiert Tony sein Glück. Denn natürlich möchte auch er beim Date dabei sein. Und auch er versucht jetzt einen Rückwärtssalto in den Pool. Tony. Er hat es leider nicht geschafft. Auch bei ihm wurde es ein Bauchklatscher. Also. Unsere Olivia ist jetzt dran. Schafft Olivia den Rückwärtssalto? Oder schafft sie es nicht? Natürlich möchte auch sie das Date gewinnen. Wie sieht es aus? Sie bereitet sich vor. Sie springt. Und sie hat es geschafft. Olivia. Du rockst. Gesell dich zu unserer Zoe. Als nächstes ist Rex dran. Rex hat ja eine sehr besondere Beziehung zu Sport. Falls ihr euch daran erinnert. Er macht die ganze Zeit Sport. Hasst es aber. Und es geht ihm schlecht. Weil er Sport macht. Aber er macht immer Sport. Und deshalb versucht natürlich auch er sein Glück. Wie wird es ihm dabei ergehen? Auch er hat es geschafft. Sehr solide. Und Mandy und unser Neuzugang Clara müssen jetzt auch noch probieren, einen Rückwärtssalto ins Pool zu machen. Mandy ist an der Reihe. Wie wird sie sich anstellen? Es geht los. Sie bereitet sich vor. Und sie springt. Auch Mandy hat es geschafft. Dann kann sie sich gleich mal zu den anderen stellen. Und dann haben wir auch noch Clara. Clara klettert auf den Turm. Und macht einen Rückwärtssalto mit Sonnenbrille auf. Das finde ich am tollsten. Und auch sie hat es geschafft. Tatsächlich haben wir jetzt ja noch einige in der zweiten Runde. Es sind nämlich in Wahrheit nur Amadou und Tony ausgeschieden. Also Rex und alle Frauen sind eine Runde weiter. Nachdem in der ersten Runde beim Pool nur zwei Personen ausgeschieden sind. Und zwar unser Amadou und unser Tony. Sind Zoe, Olivia, Rex, Mandy und Clara in die nächste Runde gegangen. Zuerst mussten alle einen Grillkäse zubereiten. Dabei hat Mandy die ganze Küche in Brand gesetzt. Und deshalb ist auch sie rausgefallen. Und die restlichen KandidatInnen haben einen Truthan zubereitet. Dabei war der von Clara schlechte Qualität. Der von Rex normal. Der von Zoe normal. Und der von Olivia schlecht. Das bedeutet, Rex und Zoe haben das Date gewonnen. Und deshalb fahren wir mit den beiden jetzt nach Solani. Rex und Zoe haben das Date gewonnen. Und reisen jetzt hier zum Mermaid Bay. Das habe ich gerade aus der Galerie platziert. Und die beiden haben eh noch keine romantische Leiste. Dann passt das, wenn die sich jetzt ein bisschen näher kommen. Rex wird jetzt einfach mal hingehen und wird mit ihr tratschen. Sie werden jetzt einfach ein wenig über die anderen... Ja, natürlich, Rex spricht über Technikmächtel und redet über die anderen Kandidaten und KandidatInnen. Vielleicht machen sie sich auch ein bisschen lustig. Dann wird er über Training nörgeln. Das ist ja seine ganze Persönlichkeit. Dass er einfach sagt, es nervt ihn zu trainieren. Aber er tut es trotzdem. Warum weiß keiner? Aber dann können wir eigentlich schon ein bisschen flirty sein. Ist immerhin ein Date. Er wird... Oh Gott, stimmt, er ist ja nicht kokett. Er wird jetzt mal einen erbärmlichen Anmachspruch machen. Schauen wir mal, wie das bei ihr ankommt. Zoe wird Rex jetzt einmal den Tag verschüren. Die beiden sitzen jetzt hier an der Bank und werden ein bisschen flirten. Sich einfach ein bisschen näher kommen. Ein bisschen kennenlernen. Einfach die Zeit miteinander genießen. Immerhin haben sie es verdient. Sie haben die Challenge gewonnen. Und die anderen, die sind noch in der Villa. Und die wird es vermutlich nerven, dass die beiden einfach nach Sulani fliegen konnten. Und jetzt am Meer sind. Und deshalb werden die, glaube ich, jetzt auch ein bisschen schwimmen. Können wir da zusammen schwimmen? Zusammen hier hinschwimmen, ja! Jetzt können die beiden da ein bisschen herumschwimmen. Oh, jetzt ist Rex sicher gleich wieder voll böse, weil er Sport macht. Dann wird Zoe ihn einmal mit Wasser nass spritzen. Im Wasser küssen. Oh, ist das süß, ja! Küsst euch im Wasser. Rex, wieso lachst du? Jetzt küsst sie. Wow. Ja, ich habe auch ein Unterwasser-Handy. Macht ihr das nicht auch immer, wenn ihr taucht? Einfach mal so eure SMS checken unter Wasser. Ist eine gute Idee. Könnt ihr euch jetzt bitte küssen? Ja, süß! Oh, ja, die beiden sind schon ziemlich süß miteinander. So, geht mal wieder aus dem Wasser. Vielleicht ist es euch sonst kalt. Ist schon Barkeeper da? Wieso kommt denn da kein Mixer? So, jetzt ist eine Mixerin da und wir können aber bei ihr nichts bestellen. Die nerven mich echt. Kann man nichts machen. Ja, dann setzt euch einfach wieder dahin, bevor irgendwer von euch ertrinkt oder so. Die Selbstständigkeit aktiviere ich mal wieder, dass sie auch andere Sachen machen können. Dann muss nicht immer ich Entscheidungen für sie treffen. Flirtet nochmal. Rex möchte jetzt... Er wollte da liegen. Er fühlt sich unwohl, weil er Sport gemacht hat. Rex fühlt sich angespannt. Zu schnell vorgeprescht sein wegen erfolgreichem Anmachversuch bei einem nicht-koquetten Sim. Fremde Gefahr wegen Merkmal-Einzelgänger. Okay, ich glaube, Rex ist gar nicht zu gern auf dem Date. Also es geht ihm echt nicht gut. Also so gar nicht gut. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Macht doch eine Wasserballonschlacht. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Vielleicht kommt ihr euch da näher. Irgendwie sehen sie nicht so glücklich aus. Also sie freuen sich ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Ich weiß nicht ganz. Ich bin ein bisschen skeptisch bei dem Date, weil Zoe einfach... Ach nein. Ich wollte gerade sagen, weil Rex einfach angespannt ist. Aber Rex fühlt sich jetzt verspielt wegen der Wasserballonschlacht. Das ist doch ganz süß. So, und jetzt haben wir 23 Uhr. 23 Uhr ist Techtel-Mächtel-Zeit. Die beiden gehen jetzt schnell Techtel-Mächtel. Und Rex und Zoe sind jetzt im Wasserfall und Techtel-Mächtel miteinander. Und nach diesem Techtel-Mächtel geht es wieder zurück zur Villa. Und nun sind wir wieder an der Matching-Zeremonie angelangt. Noch im Rennen ist Amadou, Zoe, Toni, Olivia, Rex, Mandy und Clara. Einer dieser Sims wird uns heute Abend verlassen. Und jetzt werden wir auswürfeln, wer als erstes seinen Partner oder seine Partnerin wählen darf. Und das Rad dreht sich. Zoe darf als erstes ihren Partner bzw. ihre Partnerin wählen. Wir schauen jetzt einfach, mit wem sie sich am besten versteht. Falls es da irgendwas gibt, wo wir uns nicht einig sind, mache ich eine Abstimmung und ihr dürft mitentscheiden, für wen sie sich entscheidet. Und mit denen, die noch dabei sind, versteht sie sich eigentlich eindeutig am besten mit Rex oder mit Toni. Wobei sie mit Amadou die größte Liebesleiste hat. Also was Freundschaft betrifft, haben wir hier 54, hier 75 und hier 66. Dafür hat sie mit Amadou am meisten Liebesleiste, nämlich 48 und 29. Ich hätte gesagt, wir machen eine Abstimmung, ob sie sich für Amadou oder für Rex entscheidet. Ich glaube, das ist fair, weil mit einem hat sie die meiste Freundschaft, mit dem anderen hat sie die meiste romantische Beziehung. So heißt das. So, Abstimmung verwalten. Neue Abstimmung. Für wen soll Zoe sich entscheiden? Also einmal für Amadou und einmal oder für Rex. Liebe YouTube-ZuschauerInnen, ich habe jetzt den Chat abstimmen lassen, ob Zoe sich für unseren Amadou oder für unseren Rex entscheidet. Mit dem einen hat sie mehr romantische Leiste, aber mit dem anderen versteht sie sich freundschaftlich besser. Und Rex hat gewonnen. Zoe entscheidet sich für Rex. Deswegen wird sie jetzt hingehen und wird ihm eine Rose anbieten. Aber wir haben es ja letztes Mal auch schon erlebt, dass es jemand abgelehnt hat. Mandy ist sauer und Mandy hat jetzt ein neues Persönlichkeitsmerkmal. Mandy wurde von jemandem betrogen, den sie wirklich gern hatte und schäumt vor Eifersucht. Wie soll sie je wieder vertrauen? Okay. Das finde ich spannend. Die nehmen die Veränderung natürlich an. Und Mandy... Ach, und Amadou ist jetzt auch eifersüchtig. Oh mein Gott. Und sie hauen beide ab. Ja, die müssen wir dann wieder hinstellen natürlich. Die sind jetzt beide eifersüchtig. Rex hat ihre Rose angenommen. Das heißt, sie können zusammen in die nächste Runde und werden jetzt beide in die Villa gehen. Und dann müssen Mandy und Amadou natürlich auch wieder hinkommen. Die können nicht einfach verschwinden. So, nun stehen alle wieder da. Rex und Zoe sind auf jeden Fall schon eine Runde weiter. Und wir werden jetzt das Glücksrad entscheiden lassen, wer als nächstes seinen Partner oder seine Partnerin wählen darf. Olivia! Olivia ist an der Reihe. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Es ist Tony. Ich meine, mit Mandy ist es auch eigentlich auf 84. Aber mit Tony ist es einfach mehr. Und deshalb wird sie jetzt hingehen und wird ihm eine Rose anbieten. Olivia geht jetzt hin und fragt Tony, möchtest du gemeinsam mit mir in die nächste Runde? Und er stimmt natürlich zu. Und so sind auch die beiden jetzt eine Runde weiter. Wir werden jetzt noch einmal am Rad drehen. Und dann werden wir sehen, wer weiterkommt oder wer heute leider gehen muss. Es ist tatsächlich schon das Finale. Also ich muss tatsächlich nur mehr einmal drehen, bin dann mit einer Person übrig bleiben und die wird dann leider rausfallen. Wer darf nun als nächstes die Entscheidung treffen? Clara! Okay, das heißt, Clara bleibt doch noch länger bei uns. Und entweder Mandy oder Amadou müssen gehen. Naja, mit Amadou hat sie 19 Freundschaft und auch mit Mandy hat sie 19 Freundschaft. Da müsst ihr wohl wieder entscheiden, Chad. Diese Entscheidung kann ich nicht treffen. Neue Abstimmung. Für wen soll Clara sich entscheiden? Der Chad hat entschieden. Clara entscheidet sich für Mandy. Das bedeutet, wenn Mandy diese Rose annimmt, muss Amadou gehen und Mandy und Clara gehen zusammen in die nächste Runde. Sie nimmt die Rose an. Das bedeutet, Amadou muss gehen. Und wieder ist eine Woche hier in der Villa vorbei. Und leider muss unser Amadou gehen. Er war insgesamt nur zwei Wochen hier. Er hat viele Freundschaften geschlossen. Er hat sehr viel romantische Interaktionen mit anderen Sims gemacht. Und er hat sich auch einen Feind gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Toni und er sich geprügelt. Und jetzt muss er leider wieder nach Hause reisen. Die große Liebe wird er hier nicht mehr finden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Falls du gerne live dabei sein möchtest, schau gerne auf Twitch vorbei. Und ich freue mich an dieser Stelle natürlich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!